Das Fiskodach Kreisprogramm der SSV-Werte und der Vorderer SC. Liebe Mannschaften, die sehr begreift sind, sind die Jungen-Mannschaften von SSV-Werte und der Vorderer SC. 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 Angela! 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 Und Wettbewerb präsentiert die Zuschauerzahl der VM-Kreisgruppen. Wir bedanken sich bei der Unterstützung von 998 Zuschauern. Vielen, vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Komm, 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 Achtung! Jaaaaa! Warte, okay! Schluss 5 in der regulären Spielzeit hier in Wittenburger Kreispokalfinale zwischen dem SSV, Märtyn und dem Bonner SC und es geht jetzt direkt weiter mit dem Elfmeterschießler. Juste mal aufhischig sind. Ja! Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind so stolz von der Höhe zu sein. Wir spielen, wir machen und stehen zu dir, die SCU.